Herzlich Willkommen zu einer Folge Master X Master Minigames mit Kundran und Alex. Hallo. Der Charakter den ihr habt ist sowieso irrelevant. Das einzige was zählt ist der Rechtsklick-Move. Das ist der einzige den ihr meistens benutzen könnt. Minigames. Es gibt drei unterschiedliche Kategorien von Minispielen und wir wissen immer noch nicht welches wir gerade haben. Kugelhölle, der letzte Überlebende gewinnt, Angriffe deaktiviert, Fähigkeiten negativiert, Ausweichen deaktiviert. Du kannst trotzdem immer Rechtsklick machen, deswegen weiß ich nicht was Ausweichen deaktiviert heißt. Und ja ihr müsst jetzt den Schüssen ausweichen. So ein bisschen wie die SNES-Spiele. Es erinnert mich ein bisschen an die SNES-Games wo du da von die Sidescroll oder... So ihr habt beide Charaktere, das heißt ihr könnt auch da hin und her wechseln. Solltet ihr machen bevor ihr tot seid. Wer tot ist, ist natürlich raus. Achso, ihr könnt auch wechseln, okay. Genau, wechseln kannst du, ist auch ein unterschiedlicher Lebensbalken. Und es kommen manchmal Gimmicks in der Mitte, so Kisten, die geben entweder einen positiven Effekt, der wirklich nützlich ist, wie Unverwundbarkeit, oder einen negativen Effekt, dass zum Beispiel deine Steuerung vertauschtest oder sowas. Also da, Alex hat LP Regeneration, das ist schon mal gut, ja. Hast du aber Glück gehabt. Ich hab doch kein Damage gekriegt. Doch einmal. Ich kann nicht einfach hier in der Ecke stehen bleiben, wo ich gerade bin. Oh shit. Ja, was auch gleich vom Scaleshots. Ja, was ist das denn? Ja, Endlaser. Ist noch nicht vorbei. Endlaser. Ihr kommt nur auf eine ganze Menge. Es geht halt so lange, bis wirklich nur noch ein Erlebnis wird echt überschweigen. Ich seh nix mehr. Die Schrift ist zu groß. Okay, jetzt geht's los. Zielsuchgeschosse werden abgefeuert. Ich leck dir den hier rein, ich leck dir den Typen rein. Ich meine losgeworden, in der Tat. Ja, ich auch. Ich hab Glück gehabt. Ich hab einen Dauer. Loll. Nimm Alex. Ey, du Gadoum. Hehehe. Machen wir, jetzt kommen Kugeln aus der Mitte, die kommen nochmal zurück, die baut. Jetzt gehst du nicht. Ja, ich gehst klar. Jetzt hilfst du dann doch ein bisschen anspruchsvoller. Ja. Das ist doch voll super, ey. Alter. Ich konnte nicht mal wechseln, so schnell ging es gerade. Oh, der Alex hat's leider erwischt. Du bist schon raus? Ja, ich konnte nicht wechseln. So ein bisschen peinlich, oder? Als Ersten. Warum habe ich den Effekt, meine Verteidigung ist unten? Heißt das, ich bin One-Shot, oder was? Wahrscheinlich wirst du auf jeden Fall mehr Schaden nehmen. Was tatsächlich ziemlich nervig ist, ist denn diese Lebensspiken von den anderen. Ja, ich wette, HUD kannst du ausblenden. Also, ich wette, es gibt einen Shortcut für Hart Wien. Was wollte es eigentlich geben? Ich habe es jetzt mal ange- Ohohohohohohoho. Jetzt hier, suche der. Ich lock die zu den Loos. Oh Shit! Ja, ich habe keine mehr, glaube ich. Ich habe noch eine. Ich habe keine mehr. Kennt euch. Oh, oh shit. Ich hole es sogar getroffen. Das ist doch ein Lootbox. Risky Business. Was hab ich? Weiß es nicht. Aua. Jetzt geht's rund. Ich mach'n verbundbar. Praktisch. Wer ist das denn noch? Ich bin gleich weg. Du musst auch ein bisschen Glück haben, dass du einen Charakter hast mit viel Leben. Wird ja Rennung gelohnt. Ja, oder einen geilen Dodge-Skill. Oh, das war's. Guck mal hier, ich hab noch nicht einmal den Char gewechselt. Du hast hier den Monkey King, oder was? Ja. Oh, toll. Epic Dodge. Das war mein Ausweis-Skill. Was ist das denn? Captain America. Ja. Ich hatte ja eine Stunde. Alles deine, alles deine. Du Sack. Das Spiel endet in 10 Sekunden. Ich muss noch überleben. Stimmt. 4 Sekunden noch. Dahintes noch ein Rest ist. Kannst du noch aufgeben. Rechts. Ah, schade. Yeah. Nein! Vierter! Der Monosau war nice. Das war schon... Wir müssen ja gar nicht schneiden. Das geht ja so schnell, hier einen Dodge zu finden. Oh, das ist ein geiler Skin, den ich gerade sehe. So ein Steampunk-Typ. Oh, das hat's okay gemacht. Seht hier eine Pharah bei mir. Okay, Master-Minispiele. Muss erst wieder einladen, glaube ich, oder? Ne, ich muss erst auf Master-Minispiele gehen. Ah, okay. Ich hab da keine Ahnung. Und es geht dann direkt los. Wir haben direkt ein Match gefunden. Ich hoffe... Ich habe leider noch nicht das Jump'n'Run gesehen. Das Side-Scroller-Ding. Ich hab also angeguckt im Sinne von... Ich hab mich mal durchgelesen, was es so gibt. Und... Oh, nochmal. Einer hat abgelehnt. Jaja, weil einer nicht angenommen hat. Jetzt geht's los. Zufälle Geld. Gib mir was Gutes. Ich hoffe, zwei Tanks. Der Monkey King war nice. Oh, ich weiß... Ich hab den Boxer. Ich hab zwei Squishies. Ich... Meine sind, glaube ich, auch nicht so... Na, bin ich auch gespannt. Match beginnt. Du solltest dir eine Runen-Seite machen mit nur Leben. Obwohl, stattdessen, dass die deaktiviert sind... Nur Leben prozentual. Ich will die Mini-Spiele meistern. Alles auf die Mini-Games. Da hinten sind die gleiche Spiele. Genau, da unten waren wir grad links unten. Stimmt. Das ist einfach nur so ein Park. Aber der sieht nice aus. Äh... Zuckerschock. Der letzte Überlebende gewinnt. Okay, könnte sein. Aber Zuckerschock ist anders, glaube ich. Ich muss kurz meine... Oh, ich kann fliegen. Das ist gut. Okay, gut. Ein Escape-Skill. Hast du einen Dash. Candys. Lüßigkeiten werden abgefeuert. Nein. Oder? Du musst die essen, um mich zu heilen. Zuckerschock, Leute. Was musst du? Du musst die einsammeln, damit du dich heilst. Was sagst du mir jetzt? Ich hab mich doch auch erst gewusst. Okay, ich wechsle die Karte. Zuckerschock, Leute. Hehehe. Dom, 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 Dom. Oh, riesen... Hau ab! Hallo, ich hab... Warum kann ich das riesige nicht essen? Das ist zu groß für deinen Mund. Ah ja, okay, das... Man kann grad nicht einsammeln. Weil... Vielleicht... Äh... Ne, keine Ahnung. Was? Eis? Dickes Eis. Gib mir da Eis. Okay, Eis. Ich will da Eis creme mörsen. Was denn das für ne Perspektive? So 3D so. Du musst auf die Schatten achten. Hehehe. Was für Schatten? Ah, hier. Hehehe. Hau ab! Das ist mein Eis creme. Ich brauche Eis. Ich brauche Eis. Ich brauche Eis, ungefähr. Das ist perfekt im Sommer dafür, ich das Spiel. Das ist dickes Eis. Ich brauche. Okay, ich bin auf rennen. Alter, wie könnte manche voll sein? So viel Eis wird dir gar nicht geworfen. So viel Eis hast du denn... Doch. 3 Sekunden haben wir Kacken gehabt? 2 Süßigkeiten unterwegs. Was ist das? Donuts Born. Donuts! Ich traue mich nicht zu wechseln mehr, Kunran. Ja, das geht mir aber auch so. Ja. Oh Gott. Warte mal, es wird immer härter, oder? Jaja, klar. Aber Alex hat nicht mehr. Alex? Ey, scheiße, Alex. Ich hab nen riesen Donut. Nee, nee, nee. Kriege ich. Den nicht, Alex. Den auch nicht. Hehehe. Ich hab nur gesagt. Nein. Nope. Nope. Alter. Meiner. 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 Kunran. Ich will wenigstens in die Top 3 kommen. Was kann man denn machen mit Linksklick und Rechtsklick? Da kann man schlagen irgendwie. Nee. Bei mir passiert dann nix. Rechts klickst halt mein Dodge Skill. Was passiert jetzt? Nein, ich will das Eis. Nein, ich will das Eis. Kacke. Ja. Hier suchen, der ist doch gut. Oh Gott. Ja, du kannst springen hier. Fuck it. Nein. Ich kann nicht springen. Ich seh nix mehr. Ich seh nix mehr. Okay, haut ab. Okay. Ich bin doch fresh. Ich bin doch fresh. Ich bin doch fresh. Okay, okay, okay. Was wird jetzt? Geh aber beeindruckt. Und finiert weiter Leben. Schieß doch. Schieß doch. Was? Da muss man drin stehen oder? Ja. Oh, du wirst geschockt wenn du draußen bist. Hilfe. Holy shit. Hä? Man darf nicht den Rand berühren. Ja. Ähm. Gib mir den Donut. Gib mir den Donut. Hey, was hast du denn für eine unfaire Scheiße? Oh Dalu. Oh Dalu. Black Widow. Ach so, ach so, das ist der Erd. Du bist am Arsch. Komm, du bist am Arsch. Du bist am Arsch. Nimm lieber den Donut. Nimm lieber den Donut. Nimm lieber den Donut. Okay, Alex. Oh shit. Oh nein, Eis. Ja. Ja. Komm her. Nein, nein, nein. Was ist das denn? Ja, du bist. Was schlecht ist. Nein. Schock an der Woche. Scheiße. Wie lange. Ewig. Wie viel Leben macht das bei dir? Ich hab ein wenig gehabt. Nein, das war eins. Das war eins. Oh, Riesending. Riesending. Nein, gib mir den. Ich kann nicht springen. Ich hab keine Ahnung. Beide nicht. Okay. Was? Ich hab ein Vollgeld mit der Lootbox. Oh, du bist ein Assi. Lucky. Du bist ein Assi. Du bist ein Assi. Wuhuu. Ah. Ah. Wieder vierter. Ahaha. Und dann so Kisse aus. Keine Belohnung für dich. Das ist richtig. Ich glaub, wir wären gleichzeitig gestorben, oder? Ich hätte noch gewechselt. Ich weiß nicht, wie viel der hatte. Na, ich hätte auch noch gewechselt. Ja, ganz wenig hatte man nur. Ah. Das mit dem Eis. Okay. Das war... Oh, jetzt hab ich auch so... Nimm mal Beine an. Kunde auch schnell. Ich bin raus. Nochmal. Okay. Da hab ich den Maros denn eingeladen. Komm, jetzt gib uns Jump'n'Run. Gib mir was Gutes. Ich hab wieder den Tank. Ah, ich hab Maro-Kombo. Ich hab beide Maros. Okay. Ich hab Moro und Maro. Das ist... Die sehen beide aus wie Maro, müsst ihr wissen. Oh, was haben wir? Guck hier, meine Maro-Kombo. Ach, denn Maro ist voll oft dabei. Ja, Maro ist richtig oft dabei. So, komm. Aber jetzt gib mir uns was anderes jetzt. Nein. Äh, Kugelhölle. Okay, lass uns das normale aussehen. Okay, jetzt kurz meine Escape Skills testen. Oh, ich geh unter die Erde. Ich glaub, der ist auch gut. Ich glaub, der ist stark. Der hier rennt. Okay. Also, ausweichen. Ich laufe da voll rein. Sammel die ein. Ne, musst du einsammeln. War richtig. War richtig. Oh, sieh, du musst sie schon looten jetzt. Oh! Er kann die abwehren in eine andere Richtung. Das ist auch geil. Da müsst ihr auch was, ne? Wie hat der das gemacht? Das ist ein Rechtsklick-Skill. Was, kann der Blub machen mit Rechtsklick? Das ist ein Rechtsklick-Skill. Der geht unter die Erde. Oh! 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 Nein. Oh! 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 Ah ja. Oh, naja. Nicht drin stehen! Ich dachte grad, man muss sich reinstellen, wegen dem wir es davor hatten. Ja meiner, den hab ich los geworden. Jawohl, keine für mich. Ne, will eine? Das hätte mal der andere gebraucht. E-Beams, unverwundbar. Ich seh nix, die Schrift ist da die ganze Zeit im Weg. Ich glaub, oben zu sein ist durch. Aua, Aua. E-Beams, der Dodger. Okay, oben ist echt so, wie in der Schrift. Okay, ich versuch's. Nein, oh oh. Random 4, 4 sind gefiert. Was ist das denn für ein Shit? Was war das denn? Ist euch jetzt echt was passiert? Ja, wir waren gefiert, wir sind random durch die Gegend gelaufen. Okay, also lesen hatte ich das, aber... Nein, ich hab wieder 4. 4 sucked. Ah! Ah! Hihihi, der Typ. Ok, der Blub ist echt besser. Nein! Was ist... Ich hab's nicht verstanden, was passiert ist. Achso, ich werde ab und zu einfach von Angst zum Streifen versetzt. Aua! Komm schon. Ich bin schneller. Oh, das ist ja viel. Ja, alles klar. Stellefeuer ein. Wer lebt denn noch? Ich. Oh, wir driver? Ja, so wenig leben gerade. Immer ein paar Kugeln. Oh Gott. Oh, 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 oh. Was? Die waren unten. Oh, shit. Da, du. Kann ich meine Ulti einsetzen? Nein, wie? Ich nehm's, ich nehm's, ich nehm's. Was hast du gekriegt? Nein. Oh, shit. Oh, shit. Oh, alles klar. Ja, ja. Ich hatte noch einen ganz vollen und hab einfach gedacht, ja komm Rish, ja nix in der Nähe. Ich hab die Zielsuchenden gerade unterschätzt. So wieder viel gewesen gerade, ne? Ah. Ah, ich bin dritter jetzt mal. Ich bin dritter geworden, also es war ne Steigerung zu sehen. Ja. Nochmal hier, wir müssen mal anderes Zeug. Wir müssen das Jump and Run haben. Ja, das Jump and Run oder das, äh, der Boden bricht ein. Achso, das gibt's auch hier. Ja. Du vor dein mäßig. Aber ich hab schon wieder Maru raus und eingeladen, der nimmt irgendwann wieder an. Ja, weil ich gerade Maru gespielt habe, ja. So. Ich geh ja eh wieder in mein Tank. Ne, doch nicht. Ich hab diesmal Maru. Ich hab MBA 07, den hab ich noch nie gespielt. Ist das der große Roboter? Ja, der hat vielleicht ne doofe Hitbox. Aber ich muss ja manchmal wieder Escape Skills testen, wenn ich gleich drin bin. So. Der, der Affenkönig hier, der war schon gut. Komm, was haben wir jetzt? Wir haben, sollten Lotto spielen. Oh. Oh, was jetzt? Was ist das denn? Wo bin ich denn? Unbegrenzte Sprünge. Okay. Und wo springen wir hin? Ballons einsammeln? Ah. Oh, ne. Oh, ich sehe das Problem. Was mit den Ballons? Oh fuck. Kann man sich ducken? Äh, ne. Hau mal. Was ist das da unten? Was ist das da unten? Was ist das da? Los! Der eine hat nen Knockback. Weiß'n, dass du bist das, ne? Ne, der macht damage. Was ist das denn? Der eine kann mich wegschubsen. Ja. Ich hab's grad gemerkt. Okay. Das müssen wir rausfinden noch. Oh nein. Äh, ich bin jetzt tot. Jetzt hat der nächste das mit dem wegschubsen. Der schubst mich in den Laser rein, der Sack. Ich bin tot. Hä, was ist das denn? Dann müssen wir ja nur rausfinden, wie das geht. Das kann ich dir nicht so schwer. Rätselbox. Jetzt hat Kunran das. Du hast jetzt das. Das war ne Rätselbox. Okay. So ne Box. Ja. Da, 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 da. Profit. So. Was geht ab, Kunran? Was geht ab? Also es geht nur bis zur Hälfte. Ich hab ne Rätselbox eingesammelt, aber ich hab keine... Ey! Der rastet mich direkt! Alter, das zackt! Ja, so ging's ja auch gerade. Das ist ne gute Rätselbox, ey. Darf ich ihn nicht bitte rund... Oh! Aua! Der, 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 der. Kann der mal auf... Was machst du denn da, Luke? Äh, öh. Wir können zwischen den Spielern wechseln. Da nicht, irgendwie. Da ist schon wieder der Röster! Die Röstzwiebel kommt wieder! Phase 3! Wie kriegt er die... Wo kommen die Items her? Oh Gott, nicht da rein. Weiß einer, wo die Items herkommen? Ne, ich seh auch keine beim Spiel. Zufällige Spendungskapsel angewendet. Oh fuck. Die hat jetzt wieder einer. Ja. Oh shit. LOL! Also auf den Maps sehe ich nichts spawnen. Ja, ich hab euch verlangsamt. Oh, ein heil Ding! Ja, der bleibe ich stehen! Gib mir was! Guck mal, wir können dann wieder auch hin. Ja, hat euch nichts gebracht! Doch! Oh nein! Nein! Du Penner! Wie hast du das? Ein Lockdown jetzt bekommst du in die Kiste, oder? Ich hab's tatsächlich diesmal nicht mal mitbekommen. Ich hatte es einfach auf einmal. Okay, weil ich hatte, glaube ich, kein einziges Item gehabt. Ich hatte mich auch... Ja, genau. Mich hat irgendeiner weggerostet direkt am Anfang. Auch mal erst. Eins geht noch, eins geht noch. Oh ja, komm. Lack da rein. Da schubst er mich in den Laser oben. Ah, Stufenanstieg. Ja, danke. So, was gibt's denn noch so? Das war witzig. Oh nein! Nicht schon wieder, Widow! Ich hab Maru und Lua. Diese Elemente... Okay. Vielleicht hätte man schon sehen können, welcher Spielmodus. Ja, hätte ich auch gerade überlegt. Aber ich glaube nicht, oder? Wird eh wieder das Schießen sein. Ja, wahrscheinlich. Hier das zweite Mal schießen, genau. Lalalala. Okay, kurz meine Escape Skills testen. Jetzt nehmen wir hier das weg. Okay, ein Dash. Und ein Dash. Geil. Naja, oben ist Doha hier. Passt. Naja, oben ist Doha hier. Passt. Naja, oben siehst du schlecht. Was macht der denn da? Ist das ein Taunt oder so? Ja, du kannst sie hier benutzen. Also Alt-Eff... Also Alt-3 und so. Alt-Eff-4. Alt-Eff-4. Alles klar. Mach mal bitte vor. Manche haben echt so einen guten Escape Skills. Also wie das unter die Erde gehen zum Beispiel. Oder... Das ist mega... Ja, das ist stark. Also ich hab nur so einen Dash. Der wird mich auch töten können. Okay, was haben wir jetzt? Äh... Ich bin unverwundbar. E-Beams. Invincible. And let the dare. Ha, ha, ha. Wieso kommen denn alle zu mir immer? Wieso kommen denn alle zu mir immer? Geht weg. Durch ne eigene Ecke. Wuhu. Ich werde dir hier gibt's nur das eine Ecke, wo man immer stehen bleiben kann. Oh nein, 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 nein. Alle sind gefeiert und nur ich. Was ist eigentlich mit denen hier Beine hinten? Was ist eigentlich mit denen hier hinten? Was sie sich nicht bewegen müssen? Ja, jetzt komm. Ja, der ist abgefangen für mich. Oh. Was? Hitbox. Ich kann die Hitbox davon nicht. Was ist das denn? Wieso kommen da zwei Leute anglaufen? Haut ab. Wer hat das Ding jetzt bekommen? Easy Dodge. Ach komm. Ich darf einfach hier stehen. Nein. Aua. Ah, Alex. Lebensregeneration. Lucky. Ich hab nicht mein Leben verloren. Fahr wechseln müssen. Das hätt bestimmt auch gezählt. Ah. Juhu. Ich hab den besten Punkt ever gefunden. Ich hab den besten Punkt ever gefunden. So, was passiert jetzt? Ich bin noch voll. Ich bin noch voll. Ich hab bei beiden schon etwas verloren. Bully. Bully. Meine Verteidigung ist unten super. Oh. Oh. Oh, die haben beide geflogen. Nein. Ist die nicht losgeworden, obwohl ich näher dran wär. Huh. Das war ein bisschen lucky. Wie es aussieht. Wir wollen aber auch alle gewinnen. Ja. Aua. Oh, das war fliegt. Oh shit. Jetzt hab ich ge... Ich wurde geherdet. Alter, kann der Typ mal abhauen? Nein. Gefiert. Ohohohoho. Ist der von Laser gefiert worden? Okay. Ist das schon härter? Ja. Das war ganz knapp, dass die aufgehört haben, die Laser. Es wird härter. Das war nur noch Luck jetzt, oder? Du gehört das. Luck. Kann man... Kann man ausweichen. Also klar, du kannst natürlich... Kannst irgendwelche Situationen... Aua. Oh fuck. Die hab ich nicht gesehen. Ich dürfte ja gar kein Damage kriegen. Ich bin ja so ein komisches Vieh, oder? Auch so ein Stromvieh. 2 Minuten sind um. Stelle Feuer ein. Jo. Kann man hier springen? Boah. Ja. Loi. Ja. Ja. Ich hab euch gerettet. Ich pack mich weg. Der Typ. Äh. Phase 4. Achtung. Weitere Tricksche... Weitere Tricksche... See you boobeless. Seid ihr bereit für echte Tricky Shots? Kaffner Körner... War... Ah. Cannonball. So. Laserbeams. Schnelle Schüsse. Langsame Schüsse. Alter, was ist denn jetzt los? Lasers. Äh. Du musst halt ein Ende finden. Boah. Meinst du, man kann hier 20 Minuten und sowas von machen? Äh. Das stimmt. Bestimmt, ey. Echte Pros. Die gewinnen alle. Yo. Yeah. Oh. 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 Alter, was ist das denn jetzt? Oh. Jetzt hört es aber auch so langsam. Ja. Easy. Easy. Oh. Oh shit. Ich hole doch ne Lucky Box, dann guck den da auf. Ach Gott. Komm dran. Oh shit. Holy shit. Natürlich. 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 Können wir ein bisschen bauen? Nee. Boah. Ivo. Jetzt. Beide heute unverwundbar gehabt, oder? Ja. Oh shit. Jetzt bin ich auch noch tot. Oh. Scheiße. Das war geil. Gibt man hier eigentlich irgendwas, wenn man gewinnt? Boah. Ja, du kriegst diese Dinge ins hier, wo für die Glyphen vier Stück Schachtfeldmedaillen. Oh. So, ich hab zwei gekriegt. Da hab ich vier. Ein Fun-Modus, ne? Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, da wir werden nochmal ein Fun-Modus machen. Vielleicht kriegen wir ein paar andere. Also einen Part machen wir noch davon. Schaut mal dann vorbei. Link zum schönen Video schreiben. Bis dann. iorgered. Tschau, tschau. Ciao. 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 C'est martinflation. רך movej. Ciao. Ciao.